Hallo zusammen. Willkommen bei Spaß mit Flaggen. Schmarrn, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Anstifter unter uns anzunehmen bei Solani in der Saralor. An dieser Position ist eine Folgequest von Ritus der Königinnen und Könige. Ich nehme die Quest gleich mal an. Man könnte hier auch gleich hinunterspringen, aber ich mache es professionell und laufe über den vorgegebenen Weg. Dauert ein bisschen länger, ein paar Sekunden, beziehungsweise wenn man noch Mops bekommen muss. Okay, die Sprachausgabe ist nicht sehr professional, aber egal. Ja, ein paar Mops sind auch hinweg. Werde ich noch töten. Seidens, sie setzen zurück. Das könnte auch sein. Ja, ein paar haben zurückgesetzt. Und schon ist man angekommen, wo die Vollstreckerin Maison sich befindet. Und da die Leute anstiftet, Oliven wird ihr mal die Hauer. Hat ein bisschen Leben, ist aber keine Elite und kann auch nichts besonderes. Da kann man einfach hinter sie laufen. Man kann hier auch die Map aufmachen, wo sie sich auffällt. Hier ist sie also und man könnte sie auch mit Autohits besiegen, aber das dauert ein bisschen länger. Nun heißt es, kehrt zu Prinzessin Talanji im unteren Bereich von Tanjul zurück. Also, mache ich das mal. Wieder ein bisschen den Mops ausweichen. Wurfde nicht abgemontet, also Glück gehabt. So, gleich bin ich da. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Prinzessin Talanji. In das Savalor. An dieser Position. Also, von hier bin ich zurückgekommen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.